Seit etwa einer Woche findet in München das Oktoberfest statt, jede Menge Promis sind wie jedes Jahr mit dabei. Mittendrin Model-Tochter Leni Klum. Es ist wieder soweit, auch beim diesjährigen Oktoberfest lassen sich wieder bekannte Gesichter blicken. Unter ihnen, TV-Stars Kai Pflaume und Joko Winterscheidt, CSU-Politikerin Ilse Aigner oder auch Käffi Hummels. Doch auch für die nächste Generation gehören die Wiesen mittlerweile zur jährlichen Pflichtveranstaltung. Ob Anna Ermakova, Florian Hoeneß oder Leni Klum, in München lässt der Promi-Nachwuchs die Fetzen fliegen. Heidis Tochter Leni, 20, nutzte die Festlichkeiten für einen sonst eher seltenen Pärchenauftritt mit ihrem gleichaltrigen Freund Aris Rachewski. Die zwei sind bereits seit fünf Jahren ein Paar und wurden zuletzt im romantischen Urlaub auf Sardinien gesichtet. Beim Oktoberfest und natürlich fließt auch der ein oder andere Liter Bier. Auf dem Oktoberfest tauschten Leni und Aris edle Kleider und schicke Anzüge nach allen Regeln der Kunst gegen Dirndl, Blusen und Lederhosen. Geflochtene Zöpfe runden ihr Wiesen-Styling ab. Jedenfalls, wenn sie nicht gerade das Händel-Hütchen auf dem Kopf trägt. Denn bei allem Schaulauf- und Presseterminen, zum Oktoberfest gehört in erster Linie eben auch Spaß und Feiern. Und ein Model, das sich in der Öffentlichkeit mit Plüsch-Hähnchen-Hut zeigt, kann nur für gute Laune sorgen. Besonders schöner Anblick, nach dem Dirndl schmeißt sich auch Leni in Lederhosen und zieht damit quasi im Partner-Look mit Aris durch die Bierzelte. Im Jahr 2021 zeigten sie sich das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit bei einer Filmpremiere in Los Angeles. Leni Klum ist seit fünf Jahren mit Aris in einer Beziehung, eine echte Teenie-Love-Story. Wo sie sich kennenlernten, ist zwar offiziell nicht bekannt, doch es ist wahrscheinlich, dass es mit dem Promi-Status der Eltern zu tun hat. Denn nicht nur Lenes Eltern sind berühmt. Aris Vater ist der Fotograf Spiros Poros, und auch seine Mutter ist in Hollywood aktiv, hinter den Kulissen des Schobes.